Hallo, mein Name ist Jonas Stark. Ich komme aus dem Saarland, wo ich auch meinen Bachelor hier an der Musikhochschule Saarbrücken bei Professor Thomas Duis absolviert habe. Ich freue mich sehr, an dem Konzert für die Landesvertretung virtuell teilnehmen zu können und wünsche Ihnen viel Freude bei Johannes Brahms Variation und Fuge über ein Thema von Händel, Opus 24. Sollte Musik 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 Amen. 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 Amen.